Jo, es geht euch und Freunde, Hedgecom zu einer neuen Folge RTG auf dem PC oder FC25 ohne Echtgeld auf dem PC, Tag 3. Hintergrund erstmal ein kleines Gameplay von Division Rivals von letzter Woche, wie wir Fortschritte gemacht haben. Ihr seht am Anfang hier noch Division 4, deswegen die Gegner vielleicht, obwohl das Team sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Eine kleine Zusammenfassung jetzt hier wieder, was wir die letzten Tage gemacht haben. Das Team, was ihr hier seht, ist eigentlich ganz nice, hat mir immer noch gut gefallen. Danach werdet ihr noch ein paar Gepäck sehen, danach werdet ihr noch eine kleine Zusammenfassung von den ersten Spielen von Weekend League sehen. Und dann habe ich die letzten sieben Spiele mal einzeln reingeschnitten. Besonders die letzten fünf waren richtig spannende Spiele. Ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall, die so einzeln reinzuschneiden. Momentan wieder ein bisschen schwierig, die aktuell zu bringen. 2 RTGs, ich schneide Videos selber, ich streame momentan 8 bis 10 Stunden plus. Ja, also ist das schwierig, ne? Also ihr seht, nach dem Streamen fehlt dann die Kraft. Muss ich dann einen Tag danach oder vor dem Stream dann machen. Ja, ich habe noch einen Cutter, den ich noch anschreiben wollte eigentlich. Muss ich nochmal machen, dann kommen die vielleicht ein bisschen aktueller. Ja, ich hoffe, die gefällt euch trotzdem. Die RTG auf dem PC wieder zumindest jetzt vor dem Patch. Jetzt kommt ja demnächst am Donnerstag, glaube ich, ein Patch raus. Ja, macht es mir um einiges mehr Spaß. Ja, es gibt immer auch Leute, die sagen, ja, kann doch nicht sein, ne? Das Game Day ist, das Spiel ist dasselbe. Wie kann es sein, dass es besser ist als auf PlayStation 5? Ja, probiere es einfach selber aus. Wenn du nicht probiert hast, kannst du auch nicht drüber urteilen. Ja, ich finde, man kann es schon teilweise sehen, dass es das Game Day anders ist, aber manchmal auch nicht. Deswegen immer selber ausprobieren. Wenn wir voraussetzen natürlich, dass ich einen guten PC habe, wir haben auch Freestyle, ich bin auch leider in den letzten Tagen krank geworden. Deswegen auch ein bisschen angeschlagen, braucht ein bisschen mehr Erholung. Sonst hasse ich auch immer durch die letzten Tage, fast daily Streams, nicht daily Uploads hier auf YouTube. Was mir YouTube als YouTube angeht, müssen wir mal gucken. Ja, es ist jetzt eine Testphase auf Twitch, um zu gucken, weil YouTube, es gab ein paar Probleme, hat ein paar Probleme gehabt. Wurde oft geclaimt, false claims aber, von eigentlich Musik, die copyright free sind. Die Travers bin ich aber gespannt, ob die funktionieren. Auf dem PC war ich eigentlich zufrieden gewesen mit Gameplay. Das Einzige, worüber ich mich beschweren tue, das seht ihr nicht mal, ich habe MicroStatter. So nennt man das, hat mir einer reingeschrieben. Mein PC ist eigentlich nicht gut genug gewesen, um das perfekt laufen zu lassen. Ich müsste rein theoretisch von 4K, oder was ich habe hier, auf 1080 mal 1080 oder so was, ne? 920 auf 1080 runter schrauben. Dann sieht es aber gefühlt noch schlimmer als PS4 aus, die Quali. Dann wird es flüssig laufen, aber das ist mir jetzt nicht wert. Dann nehme ich diese MicroStatter in Kauf. Stört mich natürlich trotzdem hier und da ein bisschen, weil das Bild nicht flüssig läuft dadurch. Ja, PC werde ich heute Abend erst bestellen nach dem Stream. Ich habe es ein bisschen verzögert. Ich wollte nochmal mit euch zusammen das durchgehen. Es ist ein teurer PC, ich habe nicht so viel Ahnung von PC, deswegen wollte ich heute Abend nochmal im Stream, also heute Dienstag, mit euch zusammen drüber gehen, was ich bestellen soll, welche Einzelteile und dann haue ich das Ding raus. Dann wird es wahrscheinlich für diese WL noch nicht reichen. Wir sehen, wie es auch die Wischen 2 gekommen. Dadurch haben wir auch 200 K-Packs erspielt, ich glaube einmal für Tore oder Vorlagen, das andere war glaube ich für Rivals, 50 ist Siege. Und ja, Packlack war noch nicht vorhanden. Ich sage extra, waren noch nicht vorhanden, werde ich noch einiges sehen. Wir haben, wir haben, naja, Reel Rewards und wir haben noch andere Packs geöffnet. Da war vielleicht einer da, wenn er dabei gewesen, wenn ihr mich fragt, momentan PC macht es mir mehr Spaß. Packlack ist besser da und wir haben das Gameplay. Und ich bin hier genau, gucke jetzt, mit weit von einem Team, ich in die WL reingehe, dann seht ihr auch, dass das Team eigentlich gar nicht mal so krass ist. Verglichen mit PS5 und trotzdem läuft es besser, flüssiger ist es verrückt. Also das bringt dir am Ende des Tages, wie viele sagen, ja der Markt, der Markt, der Markt auf dem PC. Am Ende des Tages, wenn du viel spielst, machst auch nicht so viel Unterschied. Wenn du gute Karten ziehst, kannst du die teuer verkaufen, kannst natürlich auch die teuren Karten einkaufen. Wenn du natürlich jetzt nur Trade ist, dann hab ich mich so früh gefreut. Messie, ah ihr seht das gar nicht, ne? Ich weiß nicht. Letztes Mal haben wir schon gesagt, die Facecam über meine Aktuelle. Ich find's eigentlich geiler, wenn man meine Reaktion eigentlich noch sehen, so nebenbei. Ich mach sie erstmal jetzt unten links. Die erste Zeit hab ich jetzt leider überdeckt gehabt. Wir haben jetzt ein bisschen Freestyle hier bei mir. Nix, kein Skript, ja. Wir haben auch einen Token bekommen aus dem R-Pack. Traft gespielt und mit einem Clicker einfach gewonnen. Keinen Hacker bekommen, nur diese 0-0-Klitscher, wo die einen Sieg bekommen, aber ich keine Niederlage. Bis jetzt muss ich auch sagen, von allen Spielen, wir haben bestimmt richtig viele Spiele schon gemacht. Mit Rivals, Food Champions und was weiß ich was. Hat mir nur diese 0-0-Klitscher gehabt. Bestimmt über 20 Stück, aber man wird nur rausgekickt und kann's wieder rein, kriegst keine Niederlage. Weil diese anderen Glitches oder Hacks, die es gibt, zum Beispiel, dass ein Spieler langsamer wird. Dass er jeden Schussteil, find ich, grün trifft. Die hatte ich halt zum Glück noch nicht. Bruder, ich hab's nicht gemerkt, dass er halt jeden Schussteil, find ich, grün trifft. Also so krass war's auf jeden Fall noch nicht. Also bis jetzt Glück gehabt mit den Hackers. Wir haben nur die, wo man E-Kanina bekommt. Leider nix gezogen. Und ich glaub hiernach sollte jetzt die ersten Spiele in Weekly anfangen. Ich muss auch mal gucken, wie ich das einteile langsam. Weil das Ding ist, ich fang immer mit PS5 an. Ihr wisst, wie ich auf PS5 drauf ist. Guck mal wieder die Videos, wie ich auf PS5 bin. Ja, die Streams oder die Videos. Guck mal, wie ich auf PC drauf bin. Am Ende habt ihr jetzt die letzten sieben Spiele auch nochmal Live-Reactions ohne die Zusammenfassung. Hier ging's einfach ein bisschen schneller, mich zusammenfassend. Das war das Team. Eigentlich nicht mal so krass, wenn ihr euch alles angucken könnt ihr noch mal kurz stoppen. Könnt ihr noch ganz kurz zurückgehen und noch mal stoppen. Also damit bin ich reingang. Eins, der hat mich gestört, war Rotri, weil er halt ein bisschen, wie das sagen, so schwach ist. Die Abwehr war Geisteskrank. Medima, ich hab's später Lautaro impfung geholt. Ich hab ihn wieder verkauft. Ich find diese Medima nur einiges besser. Klingt komisch, aber ey, hat mir super gefallen. Und der Rest hat eigentlich auch gepasst. Bruno ist nur so langsam. Sterne ist überraschend gut. Und das ist halt alles möglich, wenn das Gameplay besser, flüssiger läuft. Da kannst du auch spielen. Guck mal, das ist Anlaki. Das war die erste Spiele, wir kriegen so ein Team. Das war, glaube ich, keine Ahnung, 5, 6 Millionen. Also allein diese Frau ist auf PC, glaube ich, über 2 Millionen wert. Wir fangen sehr gut an. Aber man muss auch, genau, da bin ich ja stehen geblieben. Ihr seht auch oben links. Sydney hat mich dann geradet. Das hier geht um da, das Tor. Ich weiß nicht mehr, wie viel Uhr das war. Wir haben da noch die PS5 VR gespielt. Da rage ich immer so krass, da ist die Kraft schon raus. Wir gehen dann meistens um 3 Uhr rein. Und ihr kennt die Uhrzeiten, ja. Also könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Es ist ein Unterschied, und das habe ich auf PS5 auch gemerkt, ob du um 1, 2, 3 Uhr reingehst, oder wenn du um 9 Uhr reingehst, oder 10 Uhr abends, da kriegst du vielleicht noch den einen Familienvater ab. Also Familienvater, also die nicht so guten, als wenn ihr die mitten in der Nacht kommt. Weil logischerweise, wer spielt mitten in der Nacht? Nur die Freaks eigentlich, teilweise. Die Leute, die das Bissen nebenbei spielen, haben logischerweise dann Schlaf nötig, weil die am Tag dann arbeiten gehen, weil die zu Schule gehen, zur Uni gehen, ihr versteht, weil ich meine. Kein Problem, mache ich ja schon seit Jahren so. Ich werde es nicht super diskutieren, aber ich denke, viele würden zustimmen, dass es abends, dass es leicht schwieriger ist. Aber wir nehmen mich mit dem Kauf. Kann sein, dass wir diese WL wieder nicht mit vollem Polenzial gehen können. Ich bin ja zufrieden mit dem Gameplay auf PC. Ich bin gespannt, wie es nach dem Patch ist. Es gab eigentlich kaum Beschwerden für mich, wenn ich ehrlich bin. Ich fand das Gameplay eigentlich ganz nice. Solange man Grün trifft, das ist das Wichtigste an PC, finde ich. Das kriege ich manchmal nicht hin, wegen MicroStutter. Deswegen haben wir auch gleich ein Spiel verloren. Ihr seht, das ist schon bei 3,2 jetzt. Das zweite Niedergang war verdient gewesen. Das erste war ein Pay-to-win-Team. Und das dritte, ich glaube, das ist sogar dieses Spiel hier. Das ist das Spiel, ja. Wir haben ihn so wegdominiert. Er macht einfach hier seine erste Chance. Einfach so ein Power-Shot nach einer Ecke. Und hier, das sieht man. Klar, ich gehe hier sehr auf auf Dings, auf Trivella. Weil das Problem ist, wenn einer tief steht, ist es schwierig auf PC da durchzukommen. Es ist einfach als PS5, aber es ist trotzdem schwierig. Deswegen, die geben die Spots, und solange du eigentlich die Grün triffst, gehen die sich immer rein. Wir hatten ein Pech gehabt in den Spielen, nicht getroffen. Und dann nochmal grüne Gine Vossen und dann hier so ein Ding. Feierabend. Natürlich war ein Firma auch stark auf PC gewesen. Will ich jetzt nicht verneinen, aber es war einfacher zu spielen als PS5. Deswegen bin ich gespannt, wie das sich Auswirkungen auf die PC wäre. Und ich war, wir haben eigentlich zufrieden gewesen. Nur, dass ich mein PC nicht mitgemacht habe und ich diese MicroStarter bekommen habe und ich nicht komplett fokussieren konnte. Will ich keine Ausreden nehmen. Es ist trotzdem 100er besser als PS5. Und deswegen bin ich schon sofrieden. Dann geben wir hier 5-3 raus. Das ist auch das Ende vom Clip. Ja, die letzten Spiele bekommt ihr. Lass gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr die Serie feiert und mehr sehen wollt. Und ein Abo. Und dann krieg ich sie. Wir sehen uns im Video. Looks nice. Okay, Chat. Versuchen wir noch die Welt zu retten. Ich hoffe, es bleibt nicht so viel, Chat. Bin Slack, dann bin ich halt am Arsch. Dann kann ich nichts machen, Chat. I give my best. Okay, mir stehen sie... 5-3. 5-3 stehen mir. If it lagged, dann bin ich am Arsch einfach. Okay, ich hoffe, es laggt einfach nicht. I hope. Ja, hoffentlich habe ich am nächsten... Aber spätestens übernächste WL habe ich den NASA-PC. Dann soll es ohne Probleme laufen. Vielleicht nächste habe ich noch nicht. Übernächste, aber spätestens habe ich dann die NASA. Erster Gegner, schauen wir mal. Let's see. Auf PC. Können wir noch retten. Was zu retten ist. 5-3 stehen mir. Habe ich eigentlich geändert? Ja. Team Seed. Oh, A-Train, Keen. Okay, sieht nicht schlecht aus. Er hat schon anscheinend ein bisschen Erfahrung. Bitte lag nicht. Aber kann hier auch passieren. Schöner Ball. Rüber, rüber. Finish. Take that. Heute werden wir ein bisschen weniger Time Finish machen, aber wir können immer auch nicht spielen. Okay. Kommt, spiel da durch. Finish. Dead. Another one für Keen. Ich will gar nichts machen. Wir führen 2-0. Kaum Gefahr für uns. Wichtig ist, mal einen sechsten, zumindest einen Sieg zu starten. Das könnte, ja. Onside, onside. Grün ist drin. Grün ist drin. Grün ist halt, wie er, ohne Grün geht er so, ich sag, es ist 50-50, wenn ich Grün nicht treffe. Grün ist halt hier 100%. Das ist halt so wichtig auf PC. Also reicht jetzt, oder? Oder we getting another one? Okay, das ist ein normaler... Oh mein Gott. Ich hätte lieber nur meinen Hacker gehabt, ne? Obwohl, Van Dijk war Rans halt brutal, ne? Ich glaube, der kann ich verteigen, ne? Der verteigt mich auf Playstation gerade, muss ich sagen. Ich bin vielleicht auf Playstation-Spieler, ich habe nicht darauf geachtet. Schade, komm. Lucky, nehme ich. Wäre ja sowieso drin gewesen. Hätte nicht geblockt, wäre er drin gewesen. Hab Grün getroffen. Keen! Keen, du Maschinen-Kopf, Alter, was ein Finish von ihm. Fakt der. Und jetzt sieht ihm drei so gut aus. Ich hätte drei Wins von fünf noch. Das ist mehr als Magweil jetzt gar nicht. Krass. Das ist aber schon erst neu, ne? Das sieht gut aus. Hamshake. Oh, was? Gekauft! Ginola gekauft! Habt ihr das gesehen? Ja, ich habe reingeschossen, hätte ich von hier Post geschossen, wäre er drin gewesen. Habt ihr gesehen? Ich täusche an, er ist in die Mitte zu spielen und dann schieße ich selber. Das Kassel-Plays nicht. Okay, der hätte getimt mit Rivella, wäre er drin gewesen, sage ich. Jetzt raus. Komm, komm, komm. Nein, der hat gemovt, ich dummer Bastard. Mein Fehler, mein Fehler. Jetzt, Nakata. Ja, schöner Ball. Love it. I love it. BANG! Da ist es! Foden, mein Starspieler! Mein Kapitän! Geh, 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 Dennis. Geh weiter, geh weiter! Zieh, zieh, mein Freund! Schön, zieh, mein Kanadischer Freund! Nochmal zurück, nochmal Abbruch, Abbruch, Abbruch. BANG! Das ist FIFA, das ist Fußball, meine Freunde! Schön, Mitte zu machen, Mitte zu machen, Mitte zu machen. Weiter, 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 young. Steven's up. Oh nein, oh nein. Fuck! Okay. GG's, GG's. Gut gemacht von ihm. Bitte, MyCon, bitte, MyCon. Ja, ja, ja. Ja, MyCon, ja. Ich liebe MyCon, chat. Das war's. What a win. What a important win für diese Mannschaft, Digger. Was, ein Team, das war der Gegner. Uff. Klar, mit Klarna. Santana Bank. Walkout. Come on. Verteidig. Nein! Ja! Ja! Oder? Verteidig! Leck meinen Arschloch, Digger. Was soll ich jetzt nochmal machen, Chat? Was soll ich machen? Was soll ich machen, Alter? Ich hab jetzt so viele Infantiker erwähnt. Ich hab wieder... Wie immer auf dem Playz 5 auch kann, so viele Infantiker. Ich hab jetzt von der Weh und fucking, äh, Kodoba. Digger. Digger. 400k. Ach, du Scheiße, Alter. Was mach ich jetzt? Ich kann ja in der Artzeit einwechseln, Chat, Jungs. Ich will ihn nicht bestrafen. Funnel mit dem Spiel top, Digger. Bro, der Funnel mit dem Spiel wirklich top. Trust me, Jungs. Ich hab ihn jetzt ganz gespielt. Ich bin... Ihr wisst auch, wie penibel ich bei den Spielern bin. Ich bin super penibel bei solchen Spielern. Bei Spielern. Ich will ihn top, Digger. Ich will ihn nicht bestrafen. He played good. He don't deserve to get benched. Und ich treffe hier schon meinen 15. Cheater, glaub ich, äh, in den ersten sieben Tagen. Okay, jetzt haben wir nochmal einen Gegner. Botea, Small Like, super Team. Super Team, ja. Ja! Ederson, oh mein Gott, Digger, das war close. That was close, man. That was fucking close as fuck, man. Da! Bitte! Nein, ich treffe nicht grün. Grün ist er drin wahrscheinlich. Oh, komm schon. Grün ist er drin. Ich treffe wieder nicht grün. Komm, oh, Monty. Grün ist er drin. Ich treffe wieder nicht grün, Chat. Das meine ich, dass in diesen 50-50-Games ich nicht gewinne. Weil ich nicht grün treffe, Chat. Ja, der hat ja nichts mehr. Äh, von Tod. Egal, Elfmeterschied ist gut, ey. Bin ich so friedlich, Chat, ne? Super. Super gekämpft. Jetzt ist nur Glückssache, Jungs. Links. I knew it! Links oder Mitte? Links oder Mitte? Scheiße, war Mitte! Äh, rechts meinte ich, rechts meinte ich. Nicht links. Boah, nimm mich mit EA, nimm mich mit Kuss an. Links. Der Artist ist weg, glaube ich. Fuuuuck. Mitte. Mitte! Der Artist ist zurück! Auf dem PC bin ich dann wieder der Artist, Digga. Auf PS5 bin ich der Depp vom Dienst. Dann bin ich ein Pausen-Clown. Aber hier bin ich der Artist wieder. Wegen von seinen Stärke. Er hat jetzt gute Stärke. Nur passen ist absolut Müll. Wenn er passen gut, wäre er geistkrank, meiner Meinung nach. Okay, okay. Potea, Gießmann, okay. Nicht unterschätzen. Das ist ein gutes Team, eigentlich. Ich bin gut, Jungs. Komm jetzt. Komm mal, Nakata. Nakata. I need you right now. Und jetzt, warte. Ach, Digga, wer kam? Wie gut ist er, Rüdiger, auf PC-C-C. Wie gut ist er? Oh. Grün ist Tor. Sag ich immer wieder. Grün ist Key. Grün ist Tor auf PC. Woppa, ey. World goal von Phone. Nice goal. Ich hab gesehen, er dachte ich Trevella, ne? Ich wusste, dass er, dass er moved. Also nicht move, aber ich wusste, er denkt ich Trevella. Jetzt bin ich reingezogen diesmal. Okay. Jetzt wird er kreativ, jetzt wird er kreativ. Komm raus. Jawoll. Komm jetzt hoch. Ah, das ist halt Turam. Zumag, zumag. Niemals, niemals. Was? Putera, what the fuck. Come on, more random than that. Nicht mal grün. Wenigstens Treffengrüner hatte ich meine Fressengrissen. Nicht mal grün, kriegst so ein Tor. What a fucking random ass goal, man, von dem Gegner. Nee, nee. Oh, okay. Sag nichts mehr, sag nichts mehr, sag nichts mehr. Wow. Wieder, wieder schießen, ne? Boah, was zum 50-50 Game. Puh. Ja, scheiße. T. Fuck. Jawoll. Cold, 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 cold. Bruder, woher weiß der das? Oh. Nein, 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 ich war doch da. What the fuck? Ich hab so einen Schritt gemacht. Digga, woher weiß der das krank, alter? Hä, woher wusste jeden Elfer? Ich war auch dran gewesen beim letzten bei ihm. Ich hab doch so einen Schritt gemacht, Digga. Was soll ich noch machen, Chat? Ich hab einen Schritt gemacht. Vorletztes Game. Komm, zumindest, ich will mindestens 10. Elf ist mir gar nicht mal so. Ich will nur die 10 haben jetzt. Können jetzt nicht nochmal einen Bruch haben. Dreimal hintereinander verlieren. Das wäre geisteskrank, Chat. Oh, das sieht sowas aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. EA giftet mir. Außer es ist ein E-Sport, das macht aber eher weniger Sinn. Oder vielleicht hackt er auch. Vielleicht ist ein Hacker. Komm, gu- Bitte. 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 Oh mein Gott. Ich nehm's. Ist mir scheißegal wie. Ich nehm's. Geschenk von EA Sports. Ist das ein scheiß Freak? Nein, 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 nein. Nein. Fandavind, bitte. Niemals. Mein Gott. Was mach ich da? Nimm mich. Nimm mich EA. Komm jetzt. Nimm mich. Was ne geile Brustannahme. Von der Medima. Raus. Weg. Oh mein Gott, Digga. Hat er echt noch ne Chance am Ende. Oh mein Gott, Digga. Was ein Spiel. GG. Ey, Magio. Ich weiß nicht, wer das ist hier. Magio. GG, Bruder. Was ein Schrott-Team. Du hast ihn. Wie spielst du, du Magis? Ich weiß nicht, wer das ist, aber der größte Müll-Team. Und spielt wie der größte... Also ich glaub zum Beispiel von dem Skill, der der Beste heute von heute. Ich hab halt davor die PS5-4-L schon noch gespielt, wo ich mich kaputt geraget hab. Ich drück grad möglichst den letzten Saft hier raus. Okay, nicht unterschätzen. Sieht nicht schlecht aus aus dem Team. Korea Evo gemacht. Der sieht crazy aus, der Korea Evo. Den hab ich auch überlegt zu machen, aber hab nicht gemacht. Das ist der Panda-Win. Geil. Need that. Erste Ex-Ball-Tor heute, Mann. Was mir passiert, ich hab die nonstop getroffen letzte Woche. Oh. Wow. Der Fohne... Ey, der Fohne hat Krampf, der Hundesohn. Das gibt's doch nicht. Nein, oder? Was? Zur Hölle. Das ist ein bisschen verarscht. Das ist doch die DA live jetzt grad. Oh mein Gott, das ist echt die DA aktiviert bei mir. Abseits, bitte. Bruder, was ist da passiert? Das gibt's doch gar nicht online. Das kann nicht sein, ey. Er kommt irgendwie wieder durch. Er hat die ganze Spiel nicht eine gute Chance. Das war seine erste Chance, dass er irgendwas umgestellt hat, ey. Digga, wo steht da keiner? Warum steht da keiner? Ey, bitte. Nein, guck mal. Guck mal. Hey, was passiert denn? Was passiert denn? Boah, ich schwör die DA. Ich schwör genau in dem Moment, wo ich gesagt habe, die DA aktiviert ist. Das ist wirklich die DA aktiviert. Passiert. Guck mal, ich krieg die Bälle nicht mehr. Oh mein Gott, ey. Live, die DA. Wo ist das, der Wichser? Er wusste, dass ich da nur hingehen wollte. Bitte meiner. Bitte meiner. Nein, ich hab's nicht. Ich hab's gerade nicht. Das ist doch die ganze, die ganze Spiel nicht einmal passiert so was. Voll selten. Voll selten passiert. Bruder, ich kann mich nicht bewegen. What is going on? Bruder, wirklich live, die DA. Man sieht's sogar. Bruder, ich... Bitte. Ich hab die ganze... Ich hab nicht meine Fresse aufgemacht. Aber jetzt merkt man so richtig, wie... Das Spiel... Guck mal, die bewegen sich nicht. Die sind voll langsam. What is going on? Abseits. Muss. Muss. Digga, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Schwörst du dir? So krass, man hat's wirklich gesehen. Als ich das gesagt hab, ne. Auf einmal geht nichts mehr. Ja, und der kann je... Alles klappt. Meine Spiele laufen nicht. Die kriegen Krämpfe. What the fuck. Einfach live DDA. GG's, Alter. Geile Spiele, EA Sports. Boah, was für Spiele. Die letzten fünf Spiele. Geisteskrank, ne. War insane, die letzten fünf Spiele. Wir kriegen das zumindest. 10x83. Und das war mir nur wichtig, dass wir den Hero Pack bekommen, ohne Limit. Zwei Team for the Week Packs. Der Unterschied ist, glaube ich, nur, dass du hier statt 3er Team for the Week einen einfachen bekommst. Und statt 80.000 60.000. Sonst sind es, glaube ich, die selben Packs. Von daher all good, all Gucci. Ich wollte es trotzdem erholen, weil der Gegner halt, meiner Meinung nach, von den letzten fünf Gegner der schlechteste war. Den verlieren wir halt. Ist insane, aber gehört dazu. Die Idee ist ich hier auch nicht. Allerdings, wir hatten 10, das ist immer ein Mindestziel. Das ist doch schon gut eigentlich. Wir hatten ja auch schon den Maicon gezogen. Ja, letzte Woche. Aus dem 10er hier. Genau selben Applaus. 10x4, dann 10x5 gemacht. Das ist Team. Nicht viel verändert. Maicon top, Cordoba top. Man denkt, er kriegt die Kopfwelle oder verliert die Kopfwelle. Ist gar nicht so. Er springt auf den Rücken, er macht keine Ahnung was. Durch das Aerial Plus gewinnt er trotzdem voll wie Kopfwelle-Duelle. Fällt gar nicht so auf, dass er zu klein ist für die Innenverteidigung. Wir müssen gucken, was wir mit dem Van Dyke jetzt machen. Wir haben ja gezogen. Willen wir da rausnehmen. Van Dyke feier ich nämlich auch extrem. Also müssen gucken. Luxusproblem. Ich hätte lieber Wonders gehabt. Duram ist gut fürs Abräumen. 1x-Pass ist auch stark gewesen. Movement ist teilweise in Ordnung. Mehr kann es aber auch nicht machen. 1x-Beste ein bisschen bewegen und einen einfach nur abholen. Stay May, ganz ehrlich, super underrated. Super geile Karte für den Preis, dafür, dass sie Min-Preis glaube ich ist. Ist die echt top, muss ich sagen. Also 19 kostet die. Aber die ist richtig geil eigentlich. Spielt man halt nicht, weil die Leute halt schon bessere Teams haben. Vorhin immer noch top. Medina eigentlich nicht mal so schlecht, sag ich ehrlich. Aber es läuft nach oben. Da werden wir noch demnächst upgraden. Ist auch eine tauschbare Karte. Deswegen können wir die für 45 weghauen. Kiin ist top, wer dann passen könnte. Bleibe ich dabei. Hat sich nicht viel verändert. Und Nakata, ich sehe es. 4 und 4 Vorlagen. Stinkt ein bisschen, ne? Stinkt keine Tore. Ja, ich glaube, da suchen wir demnächst lieber jemand anderes auf der ZOM-Position. Hätten wir auch einfach Bruno spielen können. Wäre ja kein Unterschied gewesen für heute, meiner Meinung nach. Und dann, ja, gehen wir rein in die Bevorziehe. Wir haben, ja, die Packs. Fangen wir mit dem Typ of the Week Packs an. Klar, kann man aufheben. Ich mach einfach auf, chatten. Kommt, wenn nicht, dann nicht. Scheiß drauf. Ist eh jede Woche gefühlt, der schlechteste Spieler immer drin. Okay, Gabel, Dingspunks, Null. Ich schwirr mal nach oben, falls sie noch steigen sollen. Die werden eh wahrscheinlich nicht steigen, wenn man die hinterhergeworfen bekommt. Okay, Zweite, ist auf jeden Fall auch kein Wallwerde. Innenverteiger ist Vogt. Auch, ja, nicht so geil. Beide nicht so geil, Min-Price. Okay, haben wir die drei noch. Gehen wir erstmal ins Un-Trade hier. 20x81 ist ein Workout. Okay. Ich glaube, Jonathan Tarr, ne? Ja, Jonathan Tarr. Wir müssen auf Földe Mondi oder sowas hoffen. Földe Mondi wäre nice, ansonsten, hm, nicht so nice. Ja, das Schrott. Das ist natürlich absolut Garbage. Und die Beobots stinken echt, ey, muss ich sagen. Wenn du Hero Pack nicht bekommst, oder, ja, dann stinkt das wirklich die Beobots. 10x83. Das ist eine Impfform, okay? Kyle Walker, wow, okay, wenigstens 10k, I guess. Kobachic. Okay. Nehme ich mal so mit, I guess, aber, boah, ist eigentlich auch schlecht, Das ist nur 15k. 87, der letzte ist tauschbar, vielleicht noch was drin. Das ist Gold, ist eine Frau, vielleicht Smith. Das ist Kassaui, oder, ja, ja, das ist Kassaui, glaube ich, ne? Batscha ist 86. Und die ist auch leider Min-Price, 87er. Das ist natürlich jetzt nicht so geil gewesen, wir haben eigentlich gefühlt nur Min-Price bekommen. Egal, das war aber abzusehen, war abzusehen, dass das so kommt. Bless me noch one more time, ich nehme alles, was spielbar ist, es muss kein Banger sein, ich nehme alles, was spielbar ist. Let's see, ist ein Mann, ist Macmanaman, Scheiße. Nein! Nein, ist das links? Ist das der eine da? Nee, oder? Nee, oder? Genau so, ich brauche ein 10 OM. Nee, genau, ein 10 OM habe ich heute gebraucht, Francis Coley, big fucking win, wow! So ein Spieler auf PC wäre so ins Geisteskrank, weil hier kann er sich wirklich bewegen, hier kann er dann wirklich Schaden anrichten mit seiner Beweglichkeit und sein First Touch Plus. Wow! Das ist big fucking win, Chad, und der kostet hier wieder ein bisschen mehr als auf Playstation, deswegen 400k. Wow! Letzte Woche Baikon aus 10 Siegen, jetzt war Francis Coley mit 10 Siegen. Also wir bauen gerade ein Monster Team auf, Chad, wir bauen ein Monster Team auf und wenn mein Monster PC noch da ist, dann ist Feierabend, Chad. Dann greife ich auch weiter oben an. Wow! Wow! Genau hier habe ich einen gebraucht, genau da habe ich einen gebraucht, Digga! Genau da! Und ich kriege da einen. Wow! Das ist doch geil, Mann! Wow! 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 Wow, Digga! Digga, was eine rechte Seite, wo ich das mal alles gezogen fürs Owner Heroes.